Ein neues Verfahren mit über 180 brillanten Tipps und Prozeduren, um Chaos zu reduzieren und dein Leben komplett umzukrempeln. Den Beweis werde ich dir gleich live geben. Diese Informationen sind sicher die wichtigsten, die du von mir bisher erhalten hast. Warum ist ganz einfach? Ich zeige dir jetzt, wie ich selber mein ganzes Leben zu 180 Grad gedreht habe. Das bedeutet, immer wenn ich einige Zeit auf der Stelle getreten bin und Umstände drohten, mich in meinem Erfolg zurückzuwerfen und ich dann bestimmte Prozeduren eingesetzt habe, hat sich der Knoten schnell und einfach gelöst und mein Leben rasant zum Positiven verändert. Und das Beste ist, der Aufwand ist absolut überschaubar und die Kosten sind nahezu null. Aus diesem Grund ist die Industrie der Persönlichkeitsentwicklung schockiert. Doch gehen wir der Reihe nach vor und werfen zuerst einen Blick auf dein Leben und deine Entwicklung. Fakt ist, du bist Besucher dieser Internetseite mit dem Thema, wie ein neues Verfahren in nur 5 Wochen dein Leben komplett umkrempelt. Weil du genau das willst, die Knoten im Leben lösen und endlich einige Schritte weiterkommen und deine Ziele erreichen und Erfolge feiern. Und Fakt ist auch, du siehst dazu natürlich noch Potenzial in deinem Leben. Du weißt, dass da draußen definitiv der richtige Partner auf dich wartet oder dass es genügend Kunden für dein Geschäft gibt oder dass ich endlich kräfteraubendes Chaos reduzieren muss. Und definitiv hast du dazu bereits einige Tipps und Methoden von Menschen in deinem Umfeld erhalten. Klar, mehr geht immer, aber bisher haben dich deine Experimente nicht zu deinem gewünschten Erfolg gebracht. Doch die schönsten Tipps und Methoden sind doch die, bei denen du kein Geld investieren musst und die trotzdem wirksam sind. Eine dieser Methoden ist, dich zuerst einmal selber zu harmonisieren und Abstand vom Trubel zu nehmen. Also schlichtweg mehr das Augenmark auf dein eigenes Wohlbefinden zu richten als wie bisher, überwiegend auf andere. Doch genau da liegt der Knackpunkt. Da wette ich einiges drauf, weil es immer das Gleiche ist. Du fühlst dich nicht wohl, bist gereizt und durcheinander, vergisst so manches und kommst einfach nicht weiter. Die Knoten mögen sich einfach nicht lösen und du hast immer wieder Umstände, die dich zurückwerfen, immer wieder das gleiche Drama hat. Und da das so ist, ist die Lösung definitiv nicht, Augen zu und durch, sondern dich erst einmal gründlich herunterzufahren. Ich wette, dass du es derzeit nicht ansatzweise schaffst, dich längere Zeit auf eine einzige Sache zu konzentrieren. Es wird eher so sein, dass du zwischen Telefon und PC hin und her rennst, schlecht schläfst und das erste Morgen ein Blick auf dein Smartphone ist. Dazu kommen schlechte Träume, unregelmäßiges Essen oder totale Appetitlosigkeit. Hier eine unschöne SMS, dort ein dringender Anruf und abends noch belastende E-Mails. Du steckst fest und bist gedanklich immer wieder bei deinem Hauptproblem. Du vergisst wichtige Dinge, Geräte geben den Geist auf und du hast Zukunftsängste. Das ist der Sumpf des Hamsterrades, bestehend aus dem Druck von außen, fehlender Klarheit und Unzufriedenheit. Ich werde dir hier genau zeigen, wie du mit sehr einfachen Techniken ruhiger und klarer wirst und somit automatisch Chaos reduzierst. Um eines möchte ich dich aber vorher noch bitten, bevor ich dir eine Methode zeige, um ruhiger und klarer zu sein und unter meinem Überblick zu bekommen. Sei offen dafür und denke nicht direkt, das klappt bei mir doch eh nicht. Denn ich werde dir beweisen, dass diese Technik definitiv funktioniert. Eine Technik, mit der du ab sofort an dir arbeiten kannst, um ruhiger und klarer zu werden, lautet zuerst einmal richtiges Atmen. Ja richtig, richtiges Atmen. Erfolgreiche und glückliche Menschen nutzen diese Atemtechnik und ich nutze sie ebenfalls seit langer Zeit. Alle Menschen, die solche Techniken anwenden, können ihre negativen emotionalen Reaktionen erkennen und diese sofort verlassen. Du kommst sofort wieder in eine klare Position, behältst den Überblick und Chaos kann gar nicht erst entstehen. Also nochmal, ich behaupte, dass auch du mit solchen Techniken dein Leben harmonischer gestalten kannst und sofort Veränderungen bemerkst. Du wirst erstaunt sein. Um ruhiger und konzentrierter zu werden, haltet ihr nun das rechte Nasenloch zu und atmet siebenmal tief durch das linke Nasenloch in den Bauch ein. Halte die Luft für etwa vier Herztakte an und atmet dann langsam durch den Mund aus. Wiederhole das, wie bereits erwähnt, siebenmal. Dadurch gelangen anders verwirbelte Luftströme den Vagusnerv entlang runter bis in den Solarplexus. Diese anders verwirbelten Luftströme sorgen dafür, dass du automatisch ruhiger und klarer wirst. Andersherum funktioniert das genauso. Wenn du nach eintöniger PC-Arbeit oder ähnlichem träge bist und du etwas Power nötig hast, halte dir das linke Nasenloch zu und atme durch das rechte Nasenloch tief ein. Halte für einige Herztakte die Luft an und atme dann auch wieder langsam durch den Mund aus. Auch hier wirst du schnell eine Veränderung deines Gemütszustandes bemerken. Nehmen wir jetzt das nächste Thema. Die Zirbeldrüse. Die Zirbeldrüse wird mit dem dritten Auge in Verbindung gesetzt, dem Auge des Horus oder dem Sitz der Seele. Sie sondert Hormone wie Melatonin und Serotonin ab. Diese Hormone sind verantwortlich für den Schlaf oder für meditative und emotionale Zustände von Wohlbefinden, Glück und Euphorie. Doch die Zirbeldrüse der meisten Menschen ist vom zwölften Lebensjahr an ausgeschaltet bzw. durch unsere falsche Ernährung inaktiv. Das hier sind die Gründe, warum die Zirbeldrüse ausgeschalten bzw. verkalkt ist. Fluorid in Zahnpasta und im Wasser. Junk Lebensmittel. Limonade und andere kohlensäurehaltige Getränke. Raffinierter Zucker. Fette Mehl. Beschränkte Glaubenshaltungen. Mangel an spiritueller Praxis. So ist das Wichtigste, was du tun kannst, um die Zirbeldrüse zu aktivieren, reduziere die Aufnahme von diesen Dingen. So trägst du zur Reaktivierung deiner Zirbeldrüse aktiv bei und kommst in einen klaren Zustand und siehst automatisch andere Umstände in dein Leben. Das sind Dinge, die man einfach nur wissen und anwenden muss und hat nichts mit Hokuspokus zu tun. Es gibt noch viel mehr Techniken gegen Zustände der Verwirrung, Niedergeschlagenheit, Liebeskummer oder einfach nicht weiterkommen. Mehr als 180 mächtige Prozedere, Sofortmaßnahmen und viele bedeutende Übungen für dein tägliches Leben. Keine graue Theorie, sondern praktische und wertvolle Tipps, die ganz einfach angewendet werden können. Du hast die Macht anziehender und vitaler zu sein. Dein Selbstbewusstsein und Selbstwert steigern sich aktiv. Du kannst den Leben elegant selbst gestalten. Du kannst der Familie und deinen Freunden helfen. Du hast bessere Kontrolle über deine Umstände. Du bringst mehr Fröhlichkeit in dein Leben. Du kontrollierst deine Emotionen. Du lernst den richtigen Umgang mit der Macht deiner Gedanken. Die Knoten in deinem Leben beginnen sich schnell zu lösen. Du kannst dich von alten seelischen Belastungen und Glaubensmustern befreien und gewinnst ein bedeutendes Maß an Freude zurück. Ich beschäftige mich seit langer Zeit mit genau solchen Techniken zum Überwinden negativer Zustände. Wenn du diese langjährige Erfahrungen an die Hand bekommst, dann sage ich dir ganz klar, es kann nichts schief gehen. Der Effekt ist wirklich so, als würdest du ein Update auf deinem Computer installieren. Wenn du diese Techniken kennst, ist es, als bewegst du dich blitzartig in eine andere Dimension. Und nochmal, du musst dazu nicht stundenlang meditieren oder andere Vorbereitungen treffen. Du kannst sofort loslegen. Du bekommst grundlegendes Wissen vermittelt und eine 1 zu 1 Anleitung an die Hand. Leicht und sofort umsetzbar. Für jedermann auch ohne Vorkenntnisse und mit wenig Zeit. Ich habe schon oft erlebt, dass Menschen bei einem Coach sind und danach der Meinung waren, dass ihr Leben jetzt durch die Decke gehen müsste. Aber es passierte einfach nicht. Alles bleibt beim Alten und genauso schlecht wie vorher. Bei mir war es auch so. Bis ich verschiedene Techniken entdeckt habe, die mein Leben wie in einem Sog in eine andere Richtung zogen. Dann habe ich damit begonnen, diese Techniken immer weiter zu verfeinern. Und habe es geschafft, dass mein Leben jetzt frei von Chaos und negativen Einflüssen ist. Ich habe eine regelrechte Knotenlöse Anleitung erstellt, mit der selbst Laien zügig ihre ersten Erfolge erzielen. Da diese Anleitung so gut funktioniert, habe ich einen wertvollen Ratgeber daraus erstellt. Diesen Ratgeber kannst du gleich heute und sofort als deine Erfolgsregieanleitung nutzen. Und das Beste dabei ist, du musst dich nicht erst intensiv in das Thema einarbeiten. Du musst auch nicht abends noch stundenlang irgendwelche Theorie studieren. Dieser Ratgeber, Something Going On, ist extrem simpel aufgebaut. Du liest ihn einmal komplett durch und arbeitest mit den schriftlichen Übungen. Als nächstes suchst du dir die Tipps heraus, welche dir am sympathischsten sind und legst einfach los. Du musst nicht erst jahrelang üben und rumprobieren, so wie ich es musste. Und du kannst alle Übungen jederzeit alleine durchführen. Jeder, der die wertvollen Tipps in diesem Ratgeber in die Hand bekommt und verstanden hat, ist heiß darauf sie umzusetzen. Selbst absolute Laien schaffen es, sofortige Veränderungen zu erreichen. Ich gebe dir sogar noch einen äußerst hilfreichen Bonus mit dazu. Du bekommst den Ratgeber mit über 130 Seiten nicht nur als E-Book, sondern gemeinsam mit einem hilfreichen MP3-Hörbuch. Somit kannst du ihn dir auch beispielsweise beim Sport oder beim Autofahren immer wieder anhören und kostbare Zeit sparen. Lesen oder anhören, verstehen, anwenden und bald Veränderungen bemerken, das ist das Credo. Jetzt aber zum konkreten Inhalt. Du bekommst den Ratgeber als sofort Download im E-Book-Format mit über 130 effektiven Seiten und 13 erstaunlichen Kapiteln. Dazu bekommst du das ganze Wissen auch noch als Hörbuch mit knapp 5 Stunden Spieldauer. Falls du mir nicht glauben solltest, kann ich dir hier versichern, dass das kein theoretisches Gefasel ist. Stattdessen bekommst du eine exakte Schritt-für-Schritt-Anleitung, nach der ich selber und bereits viele andere Menschen arbeiten. Viel Versprechen und viel Blabla reden kann jeder. Daher erhältst du auch eine 30-tägige Geld-Zurück-Garantie von mir. Falls dir, egal aus welchem Grund, der Ratgeber nicht gefällt, bekommst du dein Geld von mir zurück und darfst trotzdem alles behalten. Ich werde keinerlei Fragen stellen, sondern dir ganz einfach dein Geld zurückbezahlen. Ich bin mir aber sicher, du bekommst pures Praxis-Know-How, das bewiesen hat, dass es funktioniert. Okay, also was ist der Preis für diesen außergewöhnlichen Ratgeber? Nun, lass es mich so erklären. Du investierst nur einmal in dieses Wissen und hast es für den Rest deines Lebens stets zur Verfügung. Die Informationen in diesem Ratgeber sind vielleicht die feurigsten, die du jemals erhalten wirst. Für nur 27 Euro steht dir dieses Wissen hier als Sofort-Download zur Verfügung. Sofort-Download heißt, du hast sofort nach dem Bezahlvorgang dieses pralle Wissen auf deinem Bildschirm. Eine Coaching-Stunde oder eine einzige Stunde Therapeutensitzung kostet ein vielfaches mehr. Du schaltest mit Something Going On in deinem geistigen Getriebe in den richtigen Gang und hast als Ergebnis die beste Leistung ohne Stress oder Nebenwirkungen. Du wirst eine erhebliche innere Änderung in deiner Einstellung zum Leben, Erfolg und Geld und einen liebevolleren, positiven Self-Talk spüren. Nun heißt es anwenden. Nimm dir die Zeit. Vertraue dem Prozess. Diese Anleitung und dieses Hörbuch wurden genau dafür erstellt, damit du deine Wunschresultate erreichst. Lerne die hermetischen Prinzipien für das anzuwenden, wofür sie geschaffen wurden. Für ein lebensrichtiges, freudvolles Leben in Fülle, Harmonie und Liebe. Klicke nun also einfach auf den Jetzt sichern Button und sichere dir diesen wertvollen Ratgeber, zu dem du in wenigen Sekunden Zugriff bekommst. So sparst du bares Geld für mehrfache Coachings oder anderweitige Sitzungen und ersparst dir Enttäuschungen. Du hast dich jetzt selber davon überzeugt, dass mein Angebot ein Schnäppchen und zu 100% risikolos für dich ist. Der Normalpreis beträgt 69 Euro. Hier hast du die einmalige Gelegenheit vom Sonderpreis von nur 27 Euro zu profitieren. Bestelle jetzt, indem du auf den Button unter diesem Video klickst. Dein Unterbewusstsein ist um ein vieles stärker als dein Bewusstsein. Wer sein Unterbewusstsein aktiviert, hat mit gleichem Aufwand bis zu 100.000 mal bessere Ergebnisse. Bring mit Something Going On deinem Unterbewusstsein bei, was du dir wirklich vom Leben wünschst und es wird für dich arbeiten. Wir sehen uns dann gleich wieder auf der anderen Seite in Something Going On. Glückwunsch, bis zum nächsten Mal. Wie sind outta es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Untertitelung des ZDF, 2020